heute für euch im test eine skydiver rakete meiner meinung nach eine top rarität in diesem fall von mode nico die gleiche rakete gibt es auch noch von komet verarbeitung hervorragend man hört die rakete ist prall gefüllt aber was die rakete eigentlich ausmacht ist der besondere aufstieg ich bin schon sehr gespannt auf diese rakete und wünsche euch viel spaß bei der zündung auch ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020